Hallo, hier ist QtFox LP, mit Half-Life 1. Der Typ ist wohl der Typ. Bekommen. Gut. Ja, dann ist es ja. Diese Maus ist eben nicht ein wenig im Bild. Ich habe eben nicht so ein tolles Maus-Patch. Ah, wir gehen. Gut. Aha. Warte. Was? Das Beep. Ah, ich kam von hier. Okay, okay. Aber so? Was war das? Was war das? Gut. Ja. Was war das? Oh. Hallo? Ja. 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 Gut. Ja. Ja. Wo hast du mich geladen? Hallo? Was? Nein, kein neues Spiel. Da. Lade. Danke. Was denn? Gut. Das ist falsch. Ich weiss auch nicht warum wir hier sind. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe gesagt, dass ich da... Warte kurz. Ich habe gesagt... Ja. Ich habe ja gesagt, dass ich das Let's Play hier weiterführe. Also das Half-Life Let's Play. Und ja. Ich gehe hier oben. Ich gehe hier oben. Ich gehe zuerst auf die Wayne. Aber ich gehe hier oben. Warte. Ja. Ich gehe hier oben. Ich gehe oben auf den Kamau. Ich gehe jetzt so. das Spiel in Full HD zocken. Sag mal wieder ganz toll. Wenn ich jetzt so mache, dann kann ich das mal machen. Ich will dann wieder ganz toll. Warum auch immer. Ich versuche einfach hier zu reden. Fick dich. Ich brauche mehr Leben. Ich fehle. Ich fehle gerne. Nein. Kann ich da nicht irgendwie ausgehen? Du hast nicht mehr Leben. Hast du vielleicht was für mich? Nein! Und hier kann ich leider nicht mehr. Aber das kann ich kaputt machen. Und es hat nichts. Und der Sound ist ein wenig komisch. Audio. Soundqualität niedrig? Hallo? Hoch! Schon besser. Kann ich dich abmachen? Oh nein. Oh nein. Wie soll ich das? Ich bin eben mit 65 Leben. in Wasser. Bitch. Amour fucking pro. Danke! Danke! Gott! Danke! Ähm... Wie soll ich denn... Gut, wie soll ich denn hin? Ja, man kann die Kissen nicht verspüren! Sag mir nicht das... Nein! 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 Höh! 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 Was? Boah, ich verstehe dir! Okay, ich verstehe dir! Was? Wie? Ja, hallo! Nein! Nein! Ich bin doch nicht tot! Höh! Gut, jetzt mach ich einen Perfekt-Run! Haha, nein! Ich will das noch perfekt hinkriegen! Weil ich bin perfekto! Warte! Dann kommt doch jemand! Ich weiß! Wie? 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 Nein! Wie? 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 Ich habe Granaten! Aber fäck dich! Was aber dich jetzt herunterspringen? Ich weiß, wie ich das lösen kann. Okay. Okay. Nein. Verschwindet. Nein. Los! Wie soll ich das nicht überleben? Ich brauche doch nur ein wenig Leben. Nur... Da hat mir den geladen. Was? Nein! Ich bin tot. Ich das liebe. Ich werde das noch schaffen. Also es hat automatisch gespeichert. Warum muss ich jetzt wieder diesen Scheiss machen? Hello? Do you want me to fuck me again? Okay. Und? Ha. Bitch. Natürlich gedacht. Warum auch? Ich bin besser als du. He? BABY! Gut. Das wird bestimmt mal etwas länger, langer, langer Paart. Ich bin doch so gut. Gut, ich weiß jetzt, wie ich hier, äh, wie ich hier, ähm, lang gehe, lang komme, lang komme. Und zwar gehen wir kurz hier runter, springen, machen das kaputt. Und dann kommt der Nächste, hallo, drücken wir die, dann vernet uns dort diese scheiß Wings, Bums, Chababums, wirklich eine Granate nach rein, das ist zerstört, dann machen wir die, gut, und, sorry. Und hier vorne hat er wieder so ein scheiß Gerät, deswegen. Hier ist er wieder so ein, ich kann mich einfach mal gebeten. Dann kommen wir hier dran. Gut, dann speicher ich hier. Spiel speichern. Spiel speichern. Okay, speichern. Weil, da hat's jemand. Mehr ab 100, liebe. Ja, und jetzt schreibe ich gerade noch jemand an. Aber das hat nachher Zeit. Gut, damit beenden wir hier mal den Tod. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spass doch gut speichern. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Half-Life 1.